Heimito von Dodara, Untergang einer Hausmeisterfamilie zu Wien im Jahre 1857. Des Hausmeisters Hoffart Schwoll. So war es immer, wenn er durch sein Herrschbereich emporstieg, an den Wohnungstüren vorbei über die Stiegen stapfend. Können Sie nicht grüßen, sagte er zu dem Arzt Dr. Kartona, der eben die Treppe herabkam. Ich wollte Sie gerade dasselbe fragen, Herr Wallauschek, bemerkte der Doktor und war schon vorbei. Da sich das Ungeheuerliche, welches mit des Arztes Worten gesetzt war, rein innerhalb des Sprachlichen, also gedrängt und genau abgespielt hatte, durchbrach es nicht des Hausmeisters Kruste und er wurde eines revolutionären Aktes von äußerster Deutlichkeit gar nicht gewahr. Vielmehr stieg er ruhig weiter in seiner Omnipotenz, während der Arzt ins Treppenhaus und in die Belanglosigkeit versank. Hinter den Türen der Wohnungen saßen die Parteien und lauschten mit gefletschten Zähnen den vorbeikommenden Schritten des Hausmeisters, die sich zum Dachboden hinauf verloren. Vom Druck und Andrang des Grimmes der Dahinter Sitzenden waren die Wohnungstüren nur ganz leicht nach außen gebaucht, sodass es Herr Wallauschek nicht unbedingt bemerken musste. Hierin gründete sein Unglück und auch das seiner Familie. Die etwa acht Tage nach der Begegnung des Hausmeisters mit dem Dr. Katona plötzlich hereinbrechende Katastrophe, welche freilich in keinem direkt ursächlichen Zusammenhang mit jener Begegnung stand, nur in einem solchen von höherer Ordnung, weil eben gerade damals die Hybris zur Perfektion gediehen war, Die Katastrophe also hätte von Wallauschek innerhalb des genannten Zeitraumes doch vorausgesehen werden können, hätte er nur im Stiegenhause einmal die fast allgemein immer stärker und augenfälliger werdende Bauchung aller Wohnungstüren beachtet. Es war schon geradezu eine Ausbeulung, so weitgehend, dass man sich wundern musste, wie es den Mietparteien möglich blieb, dermaßen geworfene Türen noch zu öffnen und zu schließen. Als das Holz schließlich dem Drucke und Andrang des Grimms ganz nachgab, splitterte und brach, sodass die Türen gleichsam platzten, es geschah dies fast gleichzeitig in allen Stockwerken, ergoss sich ein Strom von Mietern die Treppen herab und drang unter markerschütterndem Wutgebrüll und wilden Gestikulationen in die Hausmeisterwohnung ein. Die Ausrüstung dieses Sturmtrupps war eine merkwürdige und einheitliche. Reißbürsten, Seife in groben, großen Stücken, Reibtücher. Es wurden 15 Eimer mit desodorisierenden und desinfektiven Lösungen herbeigetragen. Das erste aber, was zunächst geschah, war, dass der Hausmeister ohnmächtig wurde. Was bei solchen Leuten ganz und gar ungewöhnlich ist. Nicht vor Schreck, sondern in Folge von zwei Ohrfeigen, welche genügt hätten, einem Elefanten geschwollene Backen zu machen. Der, sie verabreichte, war ein akademisch gebildeter Mensch, nämlich der Dr. Kartona. So weit ging das damals. So weit konnte es durch das überhandnehmende Hausmeisterunwesen kommen. Während man die Schwiegermutter Wallausch-Jeks, die wie eine Ratte Pfiff in hohem Bogen auf die Gasse warf, sodass sie bis in die Mitte der Fahrbahn und in eine Pfütze von Schneewasser flog, in welcher sie denn nun saß und Gellen schrie, wurde die Hausmeisterin durch ein kleines Fenster in den Lichthof hinausgestopft. Jetzt auch trat der wahre und unterste Grund dieser schrecklichen Berserkerei herauf. Jene eigentümliche und durchdringende Ausdünstung, die von allen hausmeisterischen Individuen ausgeht und deren Behausungen erfüllt. Die Wissenschaft nennt das Fötor Conciergicus, hatte in der letzten Zeit offenbar durch verstärktere Absonderungen Intensität zugenommen. Manche schreiben übrigens den Fötor C ausschließlich den Hausmeisterküchen zu, in welchen näher kaum zu beschreibende Gerichte bereitet werden, die bei den anderen Zeitgenossen nicht vorkommen. Jene Zunahme der Intensität des Fötor musste wohl auf dem Weg über das Treppenhaus und den Lichthof allmählich das Leben aller Mieter auf quälende Weise gewissermaßen unterwandert haben, nicht durch ständige Einwirkung, sondern, was den Effekt nur verstärken konnte, durch wellenweises Eintreffen, sobald eben in der Portierloge verstärkte Sekretion eintrat. Es ist anzunehmen, dass mit feineren Instrumenten, schon lange vor der Begegnung Dr. Kartoners mit Herrn Wallauschek im Treppenhause, eine Bauchung sämtlicher Wohnungstüren wäre feststellbar gewesen. Nichts reizt tiefer den Grimm als Gerüche. So trat denn alsbald nach Erstürmung der Portierloge das mitgebrachte und schon früher genannte Instrumentarium in turbulente Aktion. Im Handumdrehen waren alle Möbel auf den Gang getragen und dann trieb Guss um Guss ein Eimer nach dem anderen schmutzig-trübe Randwellen voran durch die Räume. Dahinter stürmte das Gefuchtel der Besen und Reibtücher vor, während man draußen noch die Möbel mit Bürsten und Seifen wütend angriff. Alles geschah blitzschnell unter tiefem Schweigen im dicken Karbolgeruche. Und obwohl die Polizei sehr bald eintraf, wozu jene wie eine Dampfsirene auf der Straße gellende Schwiegermutter, das ihre beigetragen haben mochte, wurde niemand mehr am Platze angetroffen. Alle saßen wieder hinter ihren Türen, die glatt und eben nun keinerlei Ausbuchtung mehr zeigten. Die langwierigen polizeilichen und gerichtlichen Folgen der Aktion – auch der Dr. Kartoner wurde seiner Elefantenwatschen wegen belangt – nahm der Eigentümer des Hauses, der allerdings anderswo wohnte, als gelassener Zuschauer hin. Nur von einer Wiedereinsetzung der Familie Wallauschek in Amt und Wohnung wollte er durchaus nichts hören und wissen, obwohl der mächtige Bund-Wiener-Hausmeister – damals noch eine Geheimverbindung, nicht eine Körperschaft öffentlichen Rechts – den Hausherrn mit allen nur erdenklichen Mitteln und Drohungen unter Druck setzte. Vergebens. Die Wallauscheks mussten aus dem Hause und er brachte es wirklich fertig, so loszuwerden. So etwas war damals noch möglich. Die Festigkeit der Haltung des Hausherrn hinterließ einen bleibenden, wir möchten sagen einen die Hofffahrt dämpfenden Eindruck. So ist es denn in Wien durch ein halbes Jahrhundert zu keinen Gewalttaten gegen Hausmeister mehr gekommen. Denn erst 1907 wieder ereigneten sich in einem Hause der Vorstadt Herrnals ähnliche Ausschreitungen. Die Festigkeit der Haltung der Haltung des Hausherrn 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 des Hausherrn. Vielen Dank.